Und wir begrüßen alle Fahrgäste direkt herzlich hier am Wort des Weihnachtszuges der Essmann Hamburg, betreut von den Mitgliedern des Vereins Historische Essmann Hamburg e.V. Wir fahren heute auf der S1 und der S39 zum HVV-Tarif. Im ersten und letzten Wagen unseres Zuges finden wir unsere Gastronomie mit Kaffee, Punsch und uns Berliner, sowie unseren Souvenierstand, wo sich ja vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk findet. Eine Bitte an die Fahrgäste im Mittelwagen der 1. Klasse. Wir bitten Sie dort in Rücksichtnahme auch unsere Sitzpolster auf das Essen und Trinken zu verzichten. Der Weihnachtsmann ist natürlich auch mit an Bord und verteilt Geschenke an die kleinen Fahrgäste. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt, der ich da halt Wilhelmsburg, der Ausstieg ist link. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt, die wir sehen uns im Mittelwagen. Untertitelung des ZDF, 2020